Eigentlich steckte sie einen Finger in das Chaos und rieb in den kurzen und schnellen... Ah, das ist so gemeint. Eigentlich steckte sie einen Finger in das Chaos und rieb in den kurzen und schnellen Bewegungen über ihre Kopfhaut. Ja, geht doch. Imit gleiste einen Augenblick wirklich alles. Imit gleiste? Falls es dich beruhigt, ich habe nichts... Die sind so blöd, dass es so lustig ist. Ich habe immer... Verdammt. Dabei maunste er kläglich. Oh, das wird heute was. Ich kann nicht aufhören zu lachen. Draco schloss leise fluchend die Zimmertür und lehnte sich fassungslos gegen das Holz. Hinter ihren Schläfen... Akito, kannst du mal aufhören? Was ist das? De Barbeck. Ach, französische Wörter und ich. Ich kann das nicht aussprechen. De Barbeck. Nee. De Barbeck. Ach, keine Ahnung, ey. Ich kann es nicht. Boah, ich weiß nicht, aber diese Summen, was ihr gerade gehört habt, das war so eine riesen Hornüsse. Aber wirklich eine riesige Hornüsse. Also ich vergesse immer, wie riesig die sind. Die ist gerade einfach hier reingeflogen. Ich musste sie erst verscheuchen. Aber Akito hat mir geholfen. Er war in IG. земlich. Ich kann es nicht so gut verstehen.